Newton, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 19 Franchise Mode mit den New York Islanders. Heute mal wieder gegen die Pittsburgh Penguins. Gegen die Plutch Plutch Penguins. Jo, hoffen wir mal, dass das nicht ganz so nervend aufreibend ist, wie das letzte Spiel gegen die. Wo wir da mit 3-1 und Empty Net Goal gewonnen haben. Das muss ich nicht haben. Von mir aus können wir ja gerne auch so ein 2-3-Türchen mehr schießen. Bin ich nicht böse drüber. So, da sind wir schon im Barclays Center in Brooklyn, New York. In der Heimstadt der New York Islanders. Die zwei Herren kennen wir. Hier mal kompetent, bunt, weiße. 1-2-3-4-4-4-4-4-5-5-6-7-5-0-6-6-6-6-6-7-7-6-7-5-6-9-0. Hier ist kompetent, das ist ein Hai. Oh, Power-Pay. Okay. Fängt ja gut an. Power-Pay nehmen wir ja, ne? Wir können unsere Blue-Line mal wieder zeigen, was sie drauf haben. Außer Zahnbürger. Hier, schön hilfreich. Und 5 gegen 3, sehr schön. Okay. Denny ist der Betub. No. Ich spiele hier aber ein paar Mützen zusammen. Falsche Seite, weiß er. Boah. Boah. Wo sind die denn? Wo treiben die sich denn rum? Ich würde ja nur hinter Tor fahren als Verteidiger. Mein Gott, ey. Und schon wieder haben sie die. Jawoll. Die fälscht ja irgendwann mal wahr. Oh. Der Nausen. Brock Nausen. Wenn es immer noch Überfall. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schade, aber super gespielt Sehr schön Gut gehalten Flumpe Schade 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 Mit einer Führung von 2.0 gehen wir in das Drittel, leider aber auch nur zu viert. Sehr schön, ausgeglichen, Kessel und Crosby rufen alles. Da haben die wieder die Plätze getauscht, das ist so ärgerlich, ey, ich stelle die doch nicht umsonst dahin. Komm, Kühnacken laufen, laufen, laufen. Oha. Ja, ich bin. Uh-oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ein Scheibenpick momentan. Vielen Dank. Ich glaube, so kann man nie überwinden. 43 Punkte. Wahnsinn. Da kommen die Rallye. Oh, schön gemacht. Matt Martin. Damit die angezeichnete Strafe hinfällig. Oh, gut. Okay. Hey. Hey. Boah, jetzt geht's ab hier. Doppelschlag. Ja, können wir auch öfter mal versuchen von der blauen Linie abzuziehen. Das heißt, sie stellt da halt immer die letzte Spiel auf, um direkt zu schießen. 10 Minuten, 4 Sekunden. Schönen lat. Schade, dass der nicht durchkam. Aber geiles Drittel. Die Wien, Ewing, $10 off. Wo fliegt der denn hin? An den Pfosten. Er schickt das. Okay, ich bin aber gut. Also manchmal fragt mich echt, was die Verteidiger da machen. Ach, da wollte ich doch ja nie hin. Uiuiui. Oh, schade. Kann man wieder passen. Uiuiui. 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 Genau, dann stoppt er natürlich ab, damit der Gegner auch ein Ja checken kann. Ey. Okay. Und natürlich, klar. Uiuiui. 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 Oh, schade. Jawohl, zu neu. Sehr, sehr schön. Ja, haben wir mal schön gemontiert. So, das nächste wäre dann gegen die Vegas Golden Knights, auch zu Hause. Das gibt es dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Hightower.